So, endlich ist es soweit, Starfield. Die Sonne geht auf hinter einem Planeten. Einem unbekannten Planeten. Ist es die Erde, die zerstörte Erde? Oder ganz woanders? Nein, es ist nur das Menü. So, wir müssen mal den Controller aktivieren. Controller, bitte. Controller an Erde. Der Controller ist gar nicht mehr an, deswegen. So, jetzt. Geht doch. Vielleicht mal die Musik ein bisschen leiser. Obwohl sie sehr schön ist. Sparausgabe gibt es nur auf Englisch. Und dann starten wir ein neues Spiel. Wir brechen auf ins Universum. Es bedeutet uns viel, dass du unser brandneues Universum erkundest. Wir alle bei Bethesda Game Studios danken dir sehr für deine Unterstützung und dafür, dass du Starfield spielst. Wir können kaum mehr warten, was du alles entdecken wirst. Also, ich persönlich finde, Todd Howard ist echt ein, ja, ein super Kerl. Und die gerade so die Interviews, die er zur Making of Oblivion CD bei der DVD gemacht hat, die finde ich total gut. Und, ja, wo er dann sagte, er wurde immer gehandelt, dass er nicht ein guter Baseball- oder Eishockey-Spieler war. Und er sagte, dafür war ich im Schachclub. Okay, los geht's. Ein neues Spiel starten? Ja. Ja. Außerdem hat er Skyrim gemacht. 3.330. Ein bisschen in der Zukunft. Mining Station. Agos. Your Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you'll find. Follow my one simple rule. Hella, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady. Go safe. Go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, um, I work in the Stardock. Except, uh, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Hmm, not untrue. Shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in a house for rune space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dustys don't even make it this far. I have a good feeling about you. You're a group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Wir können uns noch nicht bewegen, aber rumgucken. Sehr detailliert. Jetzt können wir uns wahrscheinlich bewegen. Okay, let's see what we've got. How are we on time? A little longer. Here, grab some samples. Always. But not you. Pörgelin. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty. Keep your breathing steady. And never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah. Because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. You know what I love about working in freestyle collective space? If you were Ray. A job like this in the United Colonies? Huh. Dreams of legend. Also läuft sehr flüssig bis jetzt. Also läuft sehr flüssig bis jetzt. Also wir bauen ein Erz ab mit einem Laser. Das wissen wir ja schon. Grafikeinstellung hoch übrigens. Nicht ultra. FSR 2 an. Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein you looked at? Yes, ma'am. Also die Grafik wirkt sehr detailliert. Nimm den Cutter. A nehmen. E. Äh, was meinen wir denn jetzt? Achso, diese Punkte. Da. How they suck are you to join? Fall for the fancy headquarters? E? Get ready, boss. Get back up here. Okay, wir sind zurück. Und folgen Lin. Ein richtiges Minen-Feeling. All right, standard reading is clean, right? Puh. Let's go. E. Hela, get the readings. Yeah, about that. Problem? Uh, not if you consider a spike in gravity reading is a problem. I don't. You don't? What we're after? It'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Bloß keine Kumpels hier mit dem Laser treffen. So, was haben wir denn da? Ein Abgrund? Äh. We're getting close. I think. Yeah, everything is just... Lin, seriously. There's something really effed up about this. Where is it, Hela? Through there, I think. Okay, you. You're up. Something goes wrong in there. We're coming to you. Uh, what would anything go wrong? Would you shut up? Was kann schon schief gehen, genau? What's going to do with your jobs? Client is on his way. Bestimmt gar nichts. Alte LB, um die Taschenlampe einzuschalten. Ah, Licht. Es werde Licht. Fiat Lux. Naja, gut. Der Anfang wurde ja schon gespoilert. Hä? Moment. Ich glaube, es ist gar nicht genau. Wir müssen näher ran. Auf die andere Seite. LBs Licht. Da. Ja, ich sehe was. Merkwürdige schwebende Teilchen. Nimm das Weltzimmer Objekt? Was denn? Spalte die Vorkommen ab. Wie denn? Hä? Ja. Nutze den Cutter. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Seltsam, seltsam. Oh. Der Cutter muss ich wieder aufladen. Ein bisschen. Na? Come on. Passiert was? Äh. Mach ich was falsch? Nee, der Punkt hier. Da ist doch was hinter. Vielleicht brauchen wir nur ein bisschen Geduld. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Ich weiß es noch. Nicht so genau. Ah. Jetzt. Kelumit hinzugefügt. Kelumit. Oder ich hab nicht richtig getroffen. Kann auch sein. Wer weiß das schon? Hat man da ein Feedback, wenn man trifft? Seltsam. Nicht wirklich so richtig. Ich bin nicht der einzige auf der Welt, der hier nicht weiterkommt. da, auf den Punkt. So. Mehr weiß ich auch nicht. Come on. Oder das? Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ah. Doch. Okay. Wir müssen eine bestimmte Menge ernten, wahrscheinlich. Ich beginne zu begreifen. Äh. Ja. Irgendwie so. Die Teilchen hier. Genau. Diese würfelförmigen. Ah. Begreife. Die Würfel. Und darum geht's. Nicht das Grüne. Zählt das auch? Alles, was würfelförmig ist? Ja. Hier. Okay. Wie viel denn? Also, eben auf die Würfel. Da auch? Nee, das trifft man glaube ich nicht. Okay. Wir würfeln und würfeln, was das Zeug hält. Diese Musikschleife ist ja ein bisschen psychedelisch, aber sonst nett. Okay, würfeln, würfeln. Da. Aber seltsam lang die Sequenz. Da. Wahrscheinlich sterben wir eh bald. Da. Aber gut, es geht ja hier um diesen Klumpen. Da ist das noch so ein... Artefakt, ja. Nehmen. Ach so, nehmen. Okay. Jetzt. Oh. Auf dem OP-Tisch. Hey, come on. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. Uh, no physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are. New recruit for Argos Extractors. Ring any bells. Any of this look familiar. Wer sind wir? Jetzt geht's los. Okay, ich überleg mir mal kurz, wer ich bin. Kleine Pause, es geht sofort weiter. Bleib dran. So, ich bin wieder zurück und habe ca. eine halbe Stunde in diesem detaillierten Charakter-Editor verbracht, nur mit dem Aussehen. Und ich bin fast zufrieden. Aber auch nur fast denke ich, glaube der Bart gefällt mir noch nicht so ganz. Obwohl. So hell? Ähm, ja. Doch, ich denke, ich nehme den Bart. Alles klar. So, dann können wir auch weitergehen zum Hintergrund des Charakters. Ich hatte mir zuletzt mal so frau, ähm, frauische Helden, würde ich schon sagen, weibliche Helden gebastelt. Und jetzt ist mal wieder Zeit für einen Mann. Ja. Es ist ein Mann. Okay, weiter. Hintergrund. So, jetzt kommt der Rollenspielteil ins Spiel. Was? Dateifehler? Das ist ein... Ah. Man kann es offen lassen. Man kann sagen, es gibt keine Hintergrundinformationen. Ah, deswegen. Das ist schon gerade, als wären... Also es ist ein absichtlicher Dateifehler. Also ich hatte mir im Vorfeld schon so ein bisschen überlegt, was ich wählen könnte, ohne jetzt die einzelnen Hintergründe studiert zu haben. Die waren ja schon länger bekannt. Aber ich glaube, in einer Preview hatte ich von einem Monsterjäger oder so gehört. Bestienjäger, achso, ganz oben. Ballistik, also gut mit Waffen. Fitness. Verbesserte Lungenkapazität. Ja, ist nicht schlecht. Wahrscheinlich auf sauerstoffarmen Planeten. Gastronomie. Zutaten. Gut kochen. Okay. Bestienjäger in den besiedelten Systemen. Bemelte es von feindseligen Lebensformen. Von den Ashter auf Aquila bis zu den Terror-Morphs hast du gelernt, sie zu jagen und zu erlegen. Ich meine, die Monster, die Fauna ist natürlich sehr interessant. Bildhauer? Nö. Geologie, Medizin bei Zeugen. Okay. Cyberrunner ist wahrscheinlich hier mit... Schleichensicherheit-Dieb. Okay. Also der Rogue. Und bei Dateifeller kriegt man Wohlbefinden. Ballistik fliegen. Fliegen? Pilot. Okay. Entdecker, Analyse, Aero, Astrodynamik. Also auch fürs Raumschiff ein Vorteil. Und Laserwaffen. Pachtflieger, Gewichtheben, Starkfliegen, Ballistische Waffensysteme, okay. Gangster, Boxendieb, Schrotflinte. Bums, Deadder, Geologie, Analyse, Gewichtheben. Also manchmal überschneiden sich die Skills. Industrieller? Nee, hab ich keinen Bock drauf. Koch? Nee. Kochen kann ich auch als Bestienjäger. Kopfgeldjäger. Boostpack-Training. Also Boostpack ist dieser Raketenrucksack. Was natürlich sehr hilfreich ist auf Planeten, weil es gibt glaube ich keine Fahrzeuge, wie ich gehört habe. Kybernetika, Sicherheit, Laser, Medizin. Pilger, Plündern, Analyse, Gastronomie. Also auch Koch. Professor, Astrodynamik. Also ein Schiffsvorteil, Geologie. Geologie halt und Forschungsmistoden. Ronin. Auch so eine Art Stealthy. Nahkampfleich und Plündern. Ja. Sanitäter, Wohlbefinden, Medizin. Pistolen. Das ist mir so der Heiler. Ja, okay. Ja, also ich meine, Bestienjäger klingt schon nicht schlecht. Fitness, Ballistik. Also man kann viel auf Planeten rumlaufen, die sauerstoffarm sind. Und man kann wahrscheinlich Zutaten ernten von den Planeten oder Monstern, die man erlegt. Bei Zeugen ist es natürlich auch nicht schlecht. In Dialogen. Also nicht erst schießen, dann fragen, sondern erst fragen, dann schießen. Okay. Oder Diplomat. Das ist natürlich auch Überzeugen, also Dialogenvorteil. Handel. Also mehr so die friedliche Abteilung. Na gut, ich hatte mir überlegt, halt Monsterjäger, Bestienjäger. Bei den anderen bin ich genauso. Ja. Also es gefällt mir nicht wirklich besser auf Anhieb. Von daher tendiere ich weiterhin zum Bestienjäger. Plündern. Gastronomie. Gastronomie. Nee. Ja gut, oder was mit Dialogoptionenvorteil. Also Diplomat. Habe ich aber keinen Waffenvorteil. Dateifehler hatten Fliegen, Pilot. Und auch Waffen. Wette nochmal das mit dem Boostpack-Vorteil. Boostpack. Kopfgeldjäger. Das ist so ein bisschen wie Star Wars. Dieser Kopfgeldjäger hat ja auch so einen Boost- und Raketen-Rucksack. Klingt natürlich auch nicht schlecht. Also Kopfgeldjäger oder, also Jäger oder Jäger. Kopfgeldjäger oder Bestienjäger. Aber ich mag diese ganze Fauna auf dem Planeten. Äh, da habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, anstatt, ich will nicht Menschenjagen, sondern Bestien, Tiere. Ja. Weil ich das interessant finde, irgendwie. Klick. Äh. Also man kann nur einen wählen, natürlich. Also Bestienjäger. Dann geht es weiter mit RB-Merkmale. Drei Merkmale können wir noch vergeben. Ähm, okay, da ist ja so ein bisschen Diversität drin. Alien-DNA. Du hast dich für ein anderes ganzes Experiment freiwillig gemeldet. Menschen und Alien-DNA vereint. Erhöhter Gesundheit als mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Ja gut, mehr Sauerstoff haben wir ja schon durch unseren Hintergrund. Wir könnten ja mal was Menschliches, ähm, aktivieren, empath. Du hast ja ein Gespür für Gefühle anderer Personen. Ja. Gefällt deinem Begleiter, was du tust? Sehr witzig. Worüber gehen die ihre Effektivität im Kampf? Oder umgekehrt? Heldenverehrung. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan auf. Nee, das ist zwar ganz lustig einmal, aber nicht ständig, bitte. Nee. UC ist United Colonies. Also ist die Herkunft. Introvertiert, was bringt das für einen Vorteil? Verbrauchst weniger Sauerstoff im Raumschiff, weil du allein bist ja toll. Schlangenumarmung. Große Schlangen ist auch die Herkunft, oder? Nee, ein Glauben. Terrafirma. Achso, ich bin bodenständig. universell. Ich erhalte auf New Atlantis, der Stadt, eine Spezialkiste voller Items. Verlierst du aber den Zugriff auf die Haus-der-Aufklärung-Kiste? Überraschung, Überraschung. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der GAL-Bank 125.000 Credits. Und das muss wöchentlich abgezahlt werden, Schulden. Okay, wir müssen uns mal so langsam entscheiden. Wir können ja auch drei wählen, also nicht ganz so kritisch. Erhöhte Gesundheit. Ja, wir sind robuster. Also Alien-DNA verleiht mehr Robustheit und mehr Sauerstoff, allerdings weniger wirksame Heilmittel. Also ich nehme mal auf jeden Fall Empath. Da kann ich ein bisschen mit Menschen. und bessere Belohnung bei Freestar Collective. Freestar Collective. Allerdings, wenn wir ein Verbrechen begehen, kriegen wir auch ein höheres Kopfgeld auf uns. Das ist okay. Kinderkram, was ist denn das? Deine Eltern geht es gut. Du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch zwei Prozent der Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Ja, also ich muss für meine Eltern sorgen. Neon ist auch eine Stadt. Also das wäre dann so ein bisschen die örtliche Herkunft. Neon, ja, ist nicht so mein Fall. So Cyberstädte. Aufgeklärt erzogen. Du erhältst auf New Atlantis eine Spezialkiste voller Items. Ja gut, da muss man ja eh nach New Woodland. Das ist wohl die wichtigste Stadt. Und ja, von daher finde ich das okay. Und dann können wir noch was anderes wählen. Und dann würde ich sagen, entscheide ich mich für Alien-DNA. Also ich bin ein bisschen robuster, heile aber nicht ganz so gut. Das ist eine gute Idee, oder nicht? Du hast mehr Sauerstoff. Heil- und Nahrungsmittel weniger wirksam. Ja, aber das andere gefällt mir. Ach, da unten ist noch was. Weltraum. Dein Körper hat sich ans Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind dort erhöht. Am Boden jedoch verringert. Ja, aber da wir ja wahrscheinlich dann als Bestienjäger mehr so auf Planeten rumhängen, wäre es wahrscheinlich dann nicht so ratsam, wenn ich auf Planeten einen Nachteil hätte. Äh, das mit dem Sauerstoff gefällt mir nicht so. Nee, dann nehme ich mal. Erhöhte Gesundheit durch Alien-DNA. So, fertig, aus. Mickey Mouse. Das war's. Wir können es beenden. Ja, ist doch ganz schön umfangreich. Aber ich denke, ich bin zufrieden. Ja. Müssen wir eigentlich noch einen Namen eingeben? Wir werden sehen. Genau, ich hatte mir was überlegt. Ähm. Habe ich schon wieder vergessen? Das ist nämlich eine gute Idee. Ah ja, ich hab's wieder. Ich hab's wieder okay. Was wir einen Namen eingeben müssen? Und ich hoffe, das weiß ich Ihnen wieder. So, beenden ist X. Ja, ich denke, wir sind fertig. Let's go. Name, ich wusste es. Wie konnte das passieren? Charakter benennen. Okay, Tastatur holen. Mit Controller, was ganz gut geht bislang. Ähm, Name. Er, ihn. Ja, kommt hin. Ähm, das muss ich mit dem Controller weglegen. Hin, Achtung. Mir hier nichts runterfällt. Ja, wir wollen ihn nicht zu lang machen. Deswegen kürze ich den Vornamen ein bisschen ab. Wollte eigentlich sagen, Alexander, aber ist ja ziemlich lang. Aber der Nachname kommt dann auf jeden Fall hinterher. So. Mit diesem Namen habt ihr so auch ein Bewandtnis. Ähm. Und wer weiß, was der Name Montagu zu bedeuten hat. Moment, hab ich da? Nee, ich dachte, ich hätte noch ein Leerzeichen eingefügt. Äh, wer weiß, was Montagu mit, ähm, ja, den Trailern zu tun hat. Ich werde es natürlich irgendwann verraten, klar. Aber man kann es ja googeln, von daher. Werdet ihr auch selbst drauf kommen, wenn ihr das googelt, Montagu. So, ich denke, wir haben es. Pronomen haben wir schon. Ja, bestätigen. Ja. Ihn. Ich vergesst, was du über deine Behandlung zurückkommst hast. Nicht viel Use hier, auf diesem verdammten Rücken, das ist sicher. Well, du hast das Sample. Klienten sind auf seinem Weg. Okay, dann werden wir alle verraten. Du erinnerst, was passiert? Tja, was passierte? Es war... Unglaublich, wie ein Traum an der Vision. Aber eigentlich weiß ich nicht mehr viel, deswegen... Ich weiß nichts mehr, nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Ja, ja. Well, das macht das Paperwerk einfacher. Und wir haben es, was wir nachdenken. All diese Probleme für diese stupide Dinge? Sicher, das sieht nicht so aus. Nichts, was es sieht. Es ist mehr wert, als diese Minder hat in jedem Monat. Wir werden... Die Perspektive ist, glaube ich, hier, ne? Ja. Okay. Unser Konstellation Kontakt ist auf der Stelle. Warte, die Explorersgruppe? Ich dachte, sie waren ein bisschen Schalz. Nicht ein Schalz. Du bist nur zu jung, um besser zu wissen. Hey, ich sage nur, sie haben eine Reputation. Ich glaube, die Hälfte der Crew hier noch nicht glauben, dass sie wirklich existieren. Die Hälfte der Crew nicht glauben, dass die Erde existiert, aber es ist noch da. Gleiche mit der Konstellation. Ja, komm, du bist. Explorieren Raum? Wer macht das überhaupt nicht mehr? Nicht die Raum, die wir bereits haben, kompliziert genug. Nicht für sie, in Wahrheit. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Datenmenü. Äh, was wollen wir tun? Den Helm? Rechtses Inventar. Äh, hier. Ach, hier. Okay. Wähle den, was? Helm aus. Helme. Ja, Tiefminenhelm, mehr haben wir ja nicht. B, B, zurück. Ja. E. Setzt. Wow. 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 Trifft dich mit dem Kunden. Also die Grafik wird doch schon sehr organisch. Gar nicht so steril, wie ich befürchtet hatte. Schöne Lichtstimmung. Und Soundkulisse sowieso, wie ihr hört. Und butterweich. Und alles ging cool? Wie bei den Minerals auf Bindi? Kazam. Und no, Barrett. Nicht cool. Er hat nach der Extraction getrunken. Er hat nicht mehr vergessen, was passiert. Ist das richtig, Cowboy? Er ging auf einen Reisen, hm? Mir geht's gut. Nicht zu bereden. All right. Little disappointing, not gonna lie, but reveling in the weird of space isn't everyone's idea of a good time. I get it. Look, just hand over the credits and I'll be happy to never see this thing or you ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Oh, shit. That's a great thing to eat. Everybody, get ready. What is it? Oh, stop. Eine Waffe. Eine Waffe. Wo denn? Da hinten? Ah, ich muss die Waffe wechseln. Ja, schon besser. Okay. Hier sind sie. Mann. Verdammt. Ist das ein Pirat? Ja, auch da hinten. Verdammt. Da ist Deckung. Aber schlecht unterscheiden, finde ich. Okay. Da. Ah, ich hab ihn. Geh'n. Verdammt. Da fährt keine Angranate. Ich muss näher ran. Mein Gott. Ja, ich bin jetzt nicht so der Shooter-Experte. Trifft sich gut, ne? Ich bin jetzt. Okay. Das ist großartig. Okay. Verdammt, es sind zu viele. Nein, es ist einer von uns. Mein Gott, war da hinten nicht so ein... Medipack? Wo sind sie? Wo sind sie? Ach, unser Roboter kommt. Jawoll! Wir haben Roboter-Unterstützung. Unübersichtlich das Ganze, deswegen... Verdammt. Was? Zu weit weg wahrscheinlich? Ich muss laden. Ich muss laden. Was? Wo sind sie denn? Verdammt! Was? So Gesundheit, aufgepasst. War es das? Ja. Ja. Okay, ich glaub drei hab ich gekillt. Ja. Ist ein bisschen schwammig hier mit dem... Controller, aber gut. Bin eh kein Shooter-Experte. ... ... ... ... ... ... ... So, wir sollen dann reden. Warte mal die Waffe wegstecken. Wie geht denn das? Äh... Gute Frage. Fall nach oben? Ne. Nach unten? Ne. Springen? Reden. Ah. Ja. Das war ein guter Arbeit an der Druck. Du hast das Artikel, richtig? Das bedeutet, dass du es gesehen hast. Die Visionen? Du kommst mit mir zur Konstellation. Du bist jetzt Teil davon. Du bist jetzt Teil davon. Was ist Konstellation überhaupt? Fragen wir das mal ganz blöd. Du schaust auf die Strafe und nach Nacht, fragst du, was da drin ist? Das sind wir. Das ist, wo wir gehen. Also, Weltraumforscher. Wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Ja. Wir müssen ja mal weiterkommen. Marvellous. Oh, nein, Barrett. Nein. Du denkst, du wirst einfach weg, nach dem Beste, den du gemacht hast? Oh, richtig. Ich glaube, ich habe dich alle auf der Krimson-Fleet-Hit-Liste gesetzt. Wie geht's? Ich bleibe und schreibe deinen Dusty hier in mein Platz. Ich weiß, ich weiß, aber er ist nicht mehr ein Miner, Lynn. Und... Sobald er diese Krim hat, hat sich etwas verändert. Nein, sag mir, du kannst es nicht fühlen. Genau. Wir sind jetzt erleuchtet. Und die Mine? Braucht ihr mich nicht? Ja, so ein bisschen Luke Skywalker-mäßig. Dein Schicksal liegt ganz woanders. Danke für alles, Lynn. Just go. Before I say something I regret. Well, none of that settled. Vasco! Get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, und hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Ach, ne Uhr. Ja, ich hab leider nur den Starfield Controller. Nicht die Uhr. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Also, ich mein, ich find total gut, dass die Kleidung, die Rüstung so, ja, angeschrammt aussehen und nicht so steril, weil in Trailern sah es manchmal doch sehr steril aus, aber das sieht total, ja, realistisch aus. Ähm. Wir fragen erstmal so ein bisschen, was seid ihr, was ist die Constellation? See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones brave and the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. They're just following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Also, Crimson Fleet sind Piraten. Was genau haben wir da ausgegraben? That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Also, wir brauchen Antworten. Thinking it over? Good instinct. Warum schickst du mich? Solltest du nicht eigentlich gehen? Come on. Are you really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since, with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. Und ich krieg das Schiff? Technically it's not even mine. Consider it alone. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception, since you can tell Constellation about that vision you had. Es gibt nichts mehr zu besprechen, wir sollten los. Und Vasco! Don't let him break my ship! Geh an Bord des Schiffes. Wir haben's geschafft. Wir haben schon ein eigenes Schiff. Und ein Roboter, Vasco. Hey Vasco! Du bist der neue Kapitän der Frontier. Ja. Kapitän, Protokoll Indigo ist in effect. Just off the ramp, Kapitän. Ich bin in der externen Robotics Bay. Okay. Wow. Darf ich erstmal rumgehen und gucken? Du wartest ja wohl auf mich. Wow, 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 wow. Also ich bin doch überrascht, wie technisch das flutscht und gut aussieht. Ja, und ich habe, wie gesagt, hier ist kein High-End-PC. RTX 3060. 12 Gigabyte und ja, und es läuft butterweich. Ja, wenn sie dann irgendwann noch DLSS und DLAA drauf packen in die Technikkiste, dann wird es noch ein bisschen besser aussehen. Aber, ich beschwere mich jetzt nicht, nein. Oh, wir müssen uns mal so ein bisschen heilen. Wir haben ja gar nicht von selbst, sehe ich gerade. Oder? Ne. In Skyrim halt man ja mit der Zeit ein bisschen. Ist hier wohl nicht so. War da hinten nicht so ein Medipack? Haben wir das vergessen? Äh, wo war denn das? Ja, sorry, du musst noch ein bisschen warten. Das war doch da hinten irgendwo, oder? Ja. Nichts liegen lassen. Transfer nehmen. Äh. Können wir nicht mehr? Transfer? Ne, neben geht nicht. Was heißt Transfer? Man kann ja was reinlegen. Ne. Wir wollen ja nichts reinlegen, wir wollen was, äh, kriegen. Aber wir können es nicht mitnehmen. Ne. Okay, dann nicht. Was haben wir denn hier noch? Ein Eimer. Ja. Wir machen's. Ne Zange können wir mitnehmen. Immerhin. Oh. Ach, man kann die looten? Wir looten mal so ein bisschen. Wir können was verkaufen. Sind wir schon überladen, oder was? Piraten-Charger? Anzug. Ja. Wir sind schon ein bisschen überladen, kann das sein? Äh, wie wär das? Inventar. Masse. Ne, ich glaub es geht noch. Okay. Ich denk wir sind nicht überladen, weil wir gerade so langsam sind. Aber wir können auch rennen, ja. So, dann rennen wir mal zum Raumschiff. So, macht's gut, Leute. Ich geh dann mal. Ja, tschau. Ah, wir können rennen, alles klar. Cool. Wir starten. In der nächsten Folge betreten wir das Raumschiff. Können wir speichern? Boah, die Musik ist wie bei Alien cool. Cool. Also gut, dann bis zur nächsten Folge, dann werden wir endgültig losfliegen. Versprochen.